Das bist du. Vielleicht heißt du Rolf. Deine Freunde nennen dich Hilde, aber das ist eine lange Geschichte. Das ist dein neuer HP Laserjet Drucker. Wahrscheinlich hat dein Laserjet keinen eigenen Namen, also nennen wir ihn Floyd. Floyd ist dein Freund. Ihr lernt euch gerade kennen. Aber glaub mir, Floyd und du, ihr werdet bald enge Freunde, selbst wenn du weit weg bist. Wie? Erzähle ich gleich. Dies ist dein liebstes mobiles Kommunikationsgerät. Alias Smartphone, Netbook, Pad, Laptop, was immer. Deine Verbindung zur Außenwelt. Ob unterwegs, beim Spielen, bei der Arbeit, deine Lebensader, dein Kontrollzentrum. Du lebst damit, du liebst damit. Erst damit bist du komplett. Aber deine Freunde können nicht miteinander sprechen. Bis heute. Das ist ePrint. Eine Brücke zwischen deinem Mobilgerät und deinem Freund, dem Laserdrucker Floyd oder einem seiner ePrint-Kumpels. Es überbrückt schier unendlich erscheinende Distanzen und verleiht deiner Existenz physische Präsenz, auch wenn du gerade nicht da bist. Unterschreib dies, lese das, bezahl jenes, häng das ans schwarze Brett, kleb das an alle Laternen von Fulda in Hessen, von jedem Mobilgerät aus, das E-Mails senden kann. Und es ist so einfach. Wähle und schreibe eine E-Mail mit Anhang zum Drucken, wähle die E-Mail-Adresse des Druckers und sende sie. Das war's schon. Floyd druckt automatisch, was immer du anhängst, schickt dir eine Bestätigung und du kannst tun, was du willst. Bei Tag, bei Nacht, im Business, im Leben. Und da jeder ePrint-fähige Drucker eine individuelle E-Mail hat, weißt du immer exakt, wo deine Ausdrucke sind. Und kein Spam-Danke-Man. Floyds Sicherheitsfunktion kümmert sich drum. Miete bezahlt, Memo gelesen, Lautsprecher verkauft, Hund gefunden und dein eigenes Geschäft läuft bombiger, als du gedacht hast. Denn die schönsten Erfolge kommen oft und verhofft. ePrint von HP. Drucken überall, jederzeit. Es ist vielleicht keine Revolution, aber eine coole Art zu drucken.